Dieses Video hat jetzt nichts mit dem generellen Vertriebsprozess zu tun, sondern es soll hier um eine Sache gehen, die du eigentlich immer neben dem Vertrieb machen kannst, also standardmäßig, die ich auch standardmäßig empfehle und die so gut wie noch keiner da draußen systematisch macht. Und zwar das Thema Bestandskundennachverfolgung. Was bedeutet das? Es ist relativ üblich bei den meisten Betrieben, dass nachdem der Kunde, ich sag mal, glücklich gemacht wurde, nachdem was auch immer gemacht wurde, montiert wurde, eingebaut wurde, der Kunde nochmal angerufen wurde und gefragt wurde, wie zufrieden sind sie eigentlich damit. Dann passt das alles so weit. Ja, super, perfekt. Dann freuen wir uns. Rechnung geht raus. Okay, fair, tschüss. Das ist gut, dass ihr das macht, aber es gibt noch einen weiteren Schritt, den man machen sollte, weil du musst dir vorstellen, dass in deinen Bestandskunden, das sind die Leute, die am meisten vertrauen, wenn du einen guten Job gemacht hast, das sind die Leute, die dich am ehesten weiterempfehlen, die Leute, die am ehesten eine Bewertung schreiben, die Leute, die am ehesten wieder was kaufen. Man kann jetzt natürlich darauf warten, wie es die meisten machen, bis die Leute von selber auf einen Zug kommen. Und ja, das tun die in vielen Fällen auch. Aber das tun die in noch mehr Fällen nicht. Du kannst dir mal generell merken, für jede Person, die dir aktuell empfohlen wird, locker genauso viele, hättest du noch empfohlen bekommen können, nur es hat vielleicht situativ nicht gepasst. Das ist ja ganz oft so, ich habe ein Produkt gekauft bei dir und ich überlege mir, okay, ist cool, finde ich sehr gut, mein Nachbar braucht auch sowas ähnliches. Ja, sobald er mich fragt, empfehle ich dich. Wenn er mich aber nie fragen sollte, empfehle ich dich auch nicht. Und dieses einfach sozusagen macht es auf jeden Fall da und da, macht nicht jeder. Das heißt, andersherum müsstest du mich jetzt fragen, wen kennst du, dass ich dir meinen Nachbarn nenne. Und genau darauf baut dieses ganze Bestandskundenthema auf, also einer der Punkte. Unsere Empfehlung ist, einmal im Jahr, jedes Jahr, alle Kunden, die man hat, alle Bestandskunden einmal anzurufen, also einmal zu erreichen, dann muss man vielleicht auch mehrmals anrufen und dann folgende Dinge einmal abzuklären. Kurzes Gespräch, das dauert wirklich nicht lange, das dauert maximal fünf Minuten. Ich würde kurz rangehen, ja, Haller Mustermann, Timi hier von Timi Überdachungen. Sie haben ja bei uns damals ein Terrassendach gekauft von einem Jahr. Erinnern Sie sich? Ja, genau. Ja, super. Das Erste, was ich jetzt mache, ist, den Status abzufragen. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem Terrassendach? Was ist für Sie sogar zufriedenstellend alles? Ja, war alles super, perfekt. Wenn ich hier einen Haken hintermache, mache ich erst beim nächsten weiter. Wenn ich hier keinen Haken mache, habe ich direkt die Option zu sagen, weil er sagt, nee, wir sind noch nicht ganz zufrieden, nachzubessern. Sollte ich das nicht machen, das kann mich jetzt vielleicht noch ein bisschen Geld kosten, das kann mich jetzt auch vielleicht noch ein bisschen Zeit kosten. Wenn ich es aber nicht mache, würde ich mich diese Person nicht empfehlen, sondern eher von mir abraten, wenn sie mit jemandem redet. Und ich kriege es nicht mal mit, weil die meisten Leute, die mit etwas nicht zufrieden sind, melden sich gar nicht. Thema zwei, Upsellmöglichkeit. Also die Möglichkeit, ihm noch was zu verkaufen. Zum Beispiel, hey, bei uns ist es so, wir haben gerade Gasleuchter im Angebot. In Möbelhäusern kann man sowas mega gut machen. Wir haben, ja, Sie haben ein Bett bei uns gekauft, brauchen Sie da noch andere Möbel? Ja, die und die bräuchten wir noch. Ja, perfekt, lass uns direkt einen Termin machen. So musst du nicht mal ein Werbebudget ausgeben, um am neue Kunden ranzukommen. Natürlich ist das nichts, was du ewig skalieren kannst. Jetzt ist klar, du hast deine begrenzte Anzahl an Kunden. Du kannst aber jedes Jahr damit deinen Umsatz locker mal 20, 30 Prozent erhöhen, alleine wenn du diese Anrufe regelmäßig machst und dann halt wirklich auf diesen Punkt eingehst. Wenn du ein Produkt hast, was die Leute nur einmal kaufen, zum Beispiel eine Küche, okay, dann geht es zum nächsten Punkt. Also wenn das hier nicht funktioniert, wenn es funktioniert, direkt Termin machen quasi mit dem Kunden. Wenn nicht, dann geht es zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist das Thema Empfehlung. Und dann frag wirklich nach, okay, wen, und das ist ganz wichtig, nicht kennst du jemanden, für den es in Frage kommen könnte, sondern wen kennst du denn, für den es in Frage kommen könnte? Wen kennst du denn, der aktuell auch eine Küche bräuchte? Wen kennen Sie denn, der auch aktuell eine Küche bräuchte? Man kann einfach nochmal fragen, Sie waren ja an sich zufrieden soweit. Ja, waren wir. Super. Wen kennen Sie denn, der jetzt aktuell noch eine Küche bräuchte, wo Sie sagen, okay, der würde auch davon profitieren, von dem, was wir anbieten. Und du wirst feststellen, wenn du das wirklich kontinuierlich machst, kriegst du doppelt so viele Empfehlungen, wie du jetzt hast. Alleine, weil du nochmal die Leute hervorstöberst, die nicht aktiv gefragt wurden, wen sie empfehlen können und die dich aber trotzdem empfehlen würden, wenn sie gefragt werden würden. Und sie werden von dir gefragt. Kriegst du direkt mal noch einen Namen. Du kannst ja noch ein cooles Empfehlungsprogramm ausdenken. Viele arbeiten da mit Geld. Das funktioniert in meinen Augen aber nicht so gut, weil die Leute das Gefühl haben, ihre Freunde dann zu verkaufen. Was in meinen Augen deutlich besser funktioniert, ist zu sagen, man macht so eine kleine Aktion. Da gibt es zum Beispiel Küchenstudios, die sagen, okay, wenn da jemand Kunde wird bei uns, der von jemand anderem empfohlen würde, dann leiten wir die Familie von dem, der empfohlen hat und von dem, der Kunde geworden ist, zu dem gemeinsamen Essen ein. Oder als Terrassenunternehmen zu dem gemeinsamen Grillen im Garten ein. Auf unsere Kosten quasi. Das ist ein cooles Event für die. Vielleicht kann man dann sogar noch ein, zwei Empfehlungen abstauben auf anderen Wegen. Und macht aber ein cooles Event für die, kann es sogar vielleicht medial mit irgendwie verarbeiten, mit medial vermarkten, dass da Empfehlungen belohnt werden. Und hat einfach eine coole Erfahrung geschaffen. Und wenn die Empfehlung auch nicht klappt, du wirst feststellen, wenn du diese Gespräche führst, bei zehn Gesprächen, ungefähre Zahlen, da wirst du immer mal ein bis zwei haben. Vielleicht noch mal von zehn Gesprächen wirst du ein bis zwei haben, die sagen, ja, okay, keine Ahnung, sind nicht ganz so happy mit irgendwas, was auch okay ist. Du wirst sicherlich auch ein bis zwei haben, die was Neues kaufen. Du wirst sicherlich auch hier wieder ein bis zwei haben, die ich weiter empfehlen. Das kann sogar bis zu drei, vier gehen, aber das ist dann halt auch mit der, also wenn du wirklich viele Leute anrufst, dass die über ein bis zwei liegen. Und auch bei Bewertungen ist dann das letzte Thema. Also von den Leuten wird doch immer die Hälfte bewerten. Weil die sind ja an sich zufrieden und die werden zumindest sagen, dass sie bewerten. Das ist nämlich der letzte Punkt, dass wir mal fünf Leute, die bewerten würden, wenn ich natürlich alles bei jedem abfragen würde. Wenn ich immer dann stoppe hier quasi, wenn ich dann immer sage, nachdem ich die Empfehlung habe, stoppe ich, dann kriege ich die Bewertung natürlich nicht an der Stelle. Hier ist das Gleiche. Wird aber auch Leute geben, die natürlich gar nichts machen, ist auch klar. Aber nach der Bewertung fragen ist auch ganz wichtig, weil du bist nach außen mit deinem Unternehmen ja sichtbar. Man kann dich ja googeln, man kann ja herausfinden, wer du bist, was du machst. Und wenn ich das mache, wenn ich was bei dir kaufen möchte, dann werde ich das auch tun. Ich werde mich informieren. Und wenn ich dann nichts Gutes zu dir finde oder schlechte Sachen zu dir finde oder gar nichts zu dir finde, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ich was mit dir zusammen mache. Sei es als Mitarbeiter oder als Kunde, ist erstmal egal. Ist ja in beiden Fällen so. Und dann ist es halt sehr zielführend, mehr Bewertungen zu sammeln. Und da ist unsere Empfehlung immer, du fragst ihn, okay, ist in Ordnung, wenn sie uns eine kurze Bewertung schreiben? Ja, ist in Ordnung. Und dann schickst du ihm direkt eine Mail. Ich mache jetzt mal hier so ein Ad dran, dass klar ist, dass das kein Brief ist. Eine Mail. Und in diese Mail packst du folgendes rein. Und du packst zum einen rein einen Link zur Plattform. Link. Und zum anderen packst du rein Fragen, die beantwortet werden können. Das kann so aussehen. Vielen Dank, dass wir uns bewerten. Hier ist schon mal der Link für die Plattform. Wenn Sie nicht wissen, was Sie schreiben sollen, dann schreiben Sie einfach zum Beispiel oder beantworten Sie einfach folgende Fragen. Erstens, was hat Ihnen in der Zusammenarbeit gefallen? Was waren vielleicht Dinge, die Sie auch skeptisch gemacht haben? Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Würden Sie uns weiterempfehlen? Werden Sie uns weiterempfehlen? Da kann man sich überlegen, welche Fragen man nimmt. Das ist beliebig. Aber wenn die beiden Sachen drinstehen, hast du eine Wahrscheinlichkeit von den Leuten, die sagen, die bewerten dich, dass sich die Hälfte auch wirklich bewertet. Kennst wahrscheinlich auch, du fragst sehr viele und am Ende bewertet trotzdem keiner. Und hier kriegst du halt locker mal eine Quote von 50%. Und ja, du wirst am Ende auch sicherlich zwei, drei Leute haben, die sagen, nee, ich mache gar nichts. Ist in Ordnung. Aber du kriegst in mehr als der Hälfte der Gespräche, die du führst, irgendwas raus. Irgendwas, das dein Unternehmen wieder verbessert ein Stück, wieder weiterbringt. Und gerade in dem Punkt hier, Upsells, das ist direkt ein neuer Umsatz, der geschrieben werden kann. Und ich meine, bei sowas wie ein Möbelhaus, das muss man das eigentlich machen. Weil das sind so viele Produkte, die dann noch verkauft werden können. Weil wenn ich eine Küche verkaufe, dann würde ich vielleicht direkt auch auf die Empfehlung gehen, weil noch eine neue Küche zu verkaufen. Gut, vielleicht, muss man auch sagen, vielleicht die Tochter sucht eine, der Vater sucht eine, wer auch immer sucht gerade eine Küche. Kann man auch empfehlen. Dann ist man natürlich, andersrum kann man auch verkaufen, da ist man natürlich auch wieder im Thema Empfehlungen eher drin. Also zum Beispiel im Küchenbereich, wo man halt ein Produkt einmalig verkauft, ist es wahrscheinlicher, wenn man jetzt keine weiteren Produkte hat wie eine Autoküche, dass es dann eher Richtung Empfehlung, Richtung Bewertung geht. Aber auch Empfehlungen, das sind ja direkte Kunden. Ich habe da mal ein Beispiel vielleicht noch zum Abschluss. Küchenstudio, naja, ist eher Innenarchitekt, sage ich mal. Aber machen auch Küchen entsprechend mit, also komplettes InDesign. Haben eine Liste von 30 Leuten angerufen. Und von diesen 30 Leuten direkt zwei Leute über Empfehlung bekommen, die direkt auch den Bedingen gekauft haben. Das ist ein Auftragswert von fünfstellig. Hoch fünfstellig, der da zustande kommt. Und das einfach nur, weil diese 30 Leute angerufen haben und noch nicht mal alle erreicht haben. Also einfach mal ein Gefühl hast, da steckt sehr viel Geld drin. Gerade wenn du jetzt so trieb warst, die gerade irgendwie rumsitzen, weil die gerade nichts zu tun haben. Dann fang damit schon mal an. Das kann nicht schaden. Und die Kunden, das ist ja das Beste, die freuen sich sogar, wenn man anruft. Weil die meisten denken immer, ja, nervig meine Kunden. Nein. Wie oft hast du es wirklich erlebt, dass du, wenn du was größeres gekauft hast, sei es ein Auto, sei es von mir ist ein Haus, ja, sei es eine Küche, sei es ein Terrassendach. Dass du wirklich nochmal angerufen wurdest hinterher, ein Jahr später. Wie zufrieden sind sie eigentlich damit, jetzt nach einem Jahr. Passiert nicht. Man freut sich aber, wenn sowas passiert. Deswegen, also, da ist richtig viel Geld drin. Da kann man richtig viel draus machen. Und vor allem noch mit Bewertungen dafür sorgen, dass auch die Leute, die über andere Quellen wie bei uns kommen, einfach mehr Vertrauen haben. Deswegen meine große Empfehlung, macht das auf jeden Fall. Plan da jede Woche eine halbe Stunde, jede Woche eine Stunde ein, wo das ein Vertriebler halt durchgängig wirklich jede Woche macht. Oder macht es selber. Ist auch okay. Auch wenn wir den Kunden in Kontakt zu halten, ist auch ganz cool. Und auch die Leute, die jetzt keine Empfehlung haben oder keine Bewertung schreiben, die haben sich ja dann noch mehr am Kopf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich dann vielleicht in den nächsten Monaten weiterempfehlen durch den Zufall, ist wieder gestiegen. Also, man kann da eigentlich nur gewinnen an der Stelle. Von daher, macht das auf jeden Fall. Das ist eine der Sachen, die aktuell von so gut wie noch keiner Firma gemacht hat. Also wirklich fast keiner. Der hat aber richtig viel Potenzial, richtig viel Geld drin liegt und auch richtig viel Kundenzufriedenheit noch gesteigert werden kann.